So, heute der große Tag. Nach so langer Zeit, ihr seht es, ich habe es ein bisschen freigeräumt. Egon wird heute die Halle hoffentlich verlassen, einmal kurz, weil wir werden tauschen mit dem Bus, weil ich dann besser irgendwie an den Innenraum komme von Egon. Ich habe zwei neue Batterien spendiert, neuen Hauptschalter und damit sollte dem Start nach so langer Zeit eigentlich nichts im Wege stehen. Seid live dabei, wir schauen mal. So, was müssen wir hier, sieht man natürlich nicht mehr, den Hauptschalter anmachen. Damit ist auf jeden Fall Strom da. So, dann werden wir uns mal hier einbewegen. So, jetzt gucken wir mal, ich habe das Ding schon lange nicht gestartet. Wenn ich den richtigen Schlüssel habe, da ist er. So, sieht erstmal ganz gut aus. Mal gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, Tank ist alle. Das könnte jetzt noch problematisch werden, wir schauen mal. Wie am allerersten Tag. Da haben wir natürlich keinen Druck auf der Bremse. Das ist ja normal. Bremse. Der Druck steigt. So, Tank ist. So lala. Eine große Weltumsegelung machen wir heute auf jeden Fall nicht mehr. Aber müssen wir ja auch nicht. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Bremse freikriegen. Das ist ja normal. Das ist ja normal. Untertitelung des ZDF, 2020